So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine kleine Folge Pokemon Go. Erstmal möchte ich daran erinnern, morgen ist der nächste Raid Boss Wechsel, weil ich gesehen habe gestern im Fan-Chat bei Telegram, Link in der Beschreibung, dass so viele Leute gefragt haben, wann ist der Raid Boss Wechsel? Am Freitag? Wann kommt der nächste Raid Boss eigentlich? Also, der nächste Raid Boss Wechsel ist am Samstag. Warum Samstag, weiß ich nicht. Gefühlt war das noch nie am Samstag. Jetzt ist es aber Samstag. Dann ist Carguron weg und Genesekt mit Flammenmodul das erste Mal als Shiny verfügbar in den Raids. Dann möchte ich noch bekannt geben, am Wochenende kann ich Jubiläum feiern. Dann feiert meine Erkältung nämlich einwöchiges. Das heißt, seit einer Woche, seit dem letzten Wochenende, wo ich im Kino war mit dem Muttertier, hatte ich plötzlich Hals total fertig alles und es ist immer noch nicht richtig. Jetzt habe ich auch noch Bläschen am Mund bekommen. Hier, alles entzündet im Mund, Kopf immer noch. Die Stimme saut noch weg. Man kann gar nicht mehr. Also, es ist eine Woche Erkältung. Und dann ist mir schon wieder was aufgefallen. Es ist doch wirklich egal, wie du es machst. Die Leute reden einfach alles schlecht. Nachdem mein Main-Account gebannt wurde, in dem 10.000 Euro drin gesteckt haben, Ich sehe, die Angaben schwanken. Erst war ich bei 8.000, jetzt bin ich bei 10.000. Wahrscheinlich habe ich nochmal schnell 2.000 an der Jentic überwiesen, damit ich jetzt immer 10.000 sagen kann, weil man sich das besser merken kann. Da sind aber ungefähr zwischen 8.000 und 10.000 Euro drin gesteckt. Und ich habe das gerne gemacht. Und Leute haben gesagt, ja, spiel doch jetzt einfach mit der Nudel weiter. Die ist doch auch Level 50, hat starke Pokémon. Aber irgendwie wäre es dem Main eben nicht gerecht, wenn man jetzt einen anderen 50er, den Nudel-Account nimmt, und da weiter Geld reingebuttert. Also, weil, nein, das habe ich bei Main gemacht, das hätte ich nur bei Main gemacht, das habe ich bei keinem anderen Account gemacht. Die Nudel hat auch nicht so coole Sachen, denn die hat auch immer nur daily ihren Pass gemacht. Wenn Leute mit der Nudel tauschen wollten, war das, ist halt nicht viel passiert, sagen wir mal. Die hatte halt nicht viel. Nur legendäre aus dem Daily Rate Pass. Als ich jetzt diesen Account gemacht habe, habe ich gleich gesagt, ich werde kein Geld mehr investieren. Es wäre unfair dem Main gegenüber. Es wäre Quatsch, na jentig, das Geld in den Rachen zu schieben, wenn die dich vom Spiel fernhalten wollen und dich bestrafen wollen dafür, dass du exzessiv das Spiel suchtest und raidest und Ziele hast, die weit über den gesunden Menschenstand hinausgehen. Diesen Account möchte ich free-to-play spielen. Jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die keine Ahnung haben, was free-to-play eigentlich heißt. Deswegen möchte ich jetzt mal meinen ersten Kauf tätigen, wobei das auch schon wieder Clickbait ist, denn ich habe meinen ersten Kauf schon längst getätigt. Was? Das ist mein zweiter Kauf, den ich jetzt tätige und dafür gehen wir mal hier in den Shop und ihr seht, ich habe 224 Münzen. Ich habe 224 Münzen, weil ich... Wo steht denn das immer hier? Das steht ja hier oben irgendwo. Weil ich für den heutigen Tag 24 Münzen bekommen habe. Das heißt, ich habe 200 Münzen gehabt und habe heute 24 bekommen. Der Tag ist noch nicht um, die 50 können noch voll werden. Dann hätte ich 250. Gibt es denn Pakete, wo man sich 224 Münzen aufladen kann? Nein. Es gibt Pakete, mich interessieren die Pakete nicht. Ich habe kein Geld für die Pakete. Was mir wichtig ist, ist erstmal Pogeplatz und Itemplatz. Wobei man da abwägen muss, was wichtiger ist. Pogeplatz oder Itemplatz. Deswegen habe ich hier reingeguckt. Ich bin beim Pogeplatz immer noch bei 300. Das seht ihr hier. 300 hat man von Anfang an. Ich bin immer noch bei 300. Ich habe beim Pogeplatz nichts gekauft, nichts aufgewertet. Beim Itemplatz bin ich bei 400. Da hat man von Anfang an 350. Ich habe also bis jetzt einmal was gekauft. Und zwar für 200 Coins 50 Itemplätze. Ich habe jetzt wieder 200 Coins zusammen. Und ich habe überlegt, mache ich hier mal abwechselnd Pogebox und Itembeutel. Ich weiß jetzt aber, dass ich den Itembeutel nochmal steigern werde. Das hat viele Gründe. Der Seaday rückt immer näher. Was bringt es denn, einen Seaday rumzulaufen, dann Pokémon zu fangen, wenn du gefühlt ja nur 50 Pogebälle im Beutel hast. Da kommst du nicht weit. Wichtig ist erstmal, dass man viele Pogebälle auch auf der Hand haben kann, um gut zu fangen, wenn dir die Stops ausgehen, die Bälle ausgehen. Deswegen werde ich jetzt hier beim Itembeutel wieder 200 Coins einlösen und habe das zweite Mal auf dem Account was gekauft. Habe trotzdem noch kein Geld aufgeladen. Habe kein Echtgeld da reingesteckt, weil das ja die Münzen sind, die ich aus den Arenen bekomme. Denn ich setze mich weiterhin, laut Arenaplan unserer Stadt, in die Arena. Nächsten Tag werfe ich mich selber aus der Arena wieder raus, weil kein anderer da rumrennt und einen rauswirft, weil eben nicht mehr so viele Leute spielen und da sind. Setze ich mich in die Arena, ich werfe mich selber aus der Arena wieder raus und das mache ich jeden Tag. So kriege ich jeden Tag 50 Münzen. Von Anfang an habe ich 50 Münzen bekommen jeden Tag. Habe Itembeutel gekauft. Habe jetzt das zweite Mal Itembeutel gekauft. Das heißt, alle vier Tage könnte ich den Itembeutel oder die Pokémon-Aufbewahrung erweitern. Wenn ihr hier reinguckt, seht ihr jetzt auch, wir sind bei 450. Ich habe auch sonst keine anderen Items groß hier. Da sind ein paar Dränge, ein paar Bleber, die Bälle sind komplett runter, ein paar Bären. Hier Rauch, der Rauch sammelt sich an. Der Rauch, die Sternstücke. Aus den Pugel-Stop-Showcases gibt es ja ab und zu Premium-Items, wo ihr dann mal ein Sternstück oder einen Rauch bekommt. Vielleicht sogar auch mal ein Glücksei. Aber ich glaube, Glücksei hatte ich bis jetzt noch gar nicht drin. Ich habe 13 Glückseier. Die sind auch nicht gekauft. Du kriegst beim Level-Up immer mal ein Glücksei dazu. Ich habe bisher ein einziges Glücksei verwendet durch Level-Aufstiege und so weiter. Mit den Freunden habe ich ein einziges Glücksei verwendet. Gleich noch ein paar andere EP-Belohnungen abgeholt. Die anderen habe ich gelassen. Da habe ich gedacht, werde ich immer mal an einem C-Day benutzen für weitere Level-Aufstiege. Das heißt, insgesamt kann man 14 Glückseier haben, ohne dass man jeweils Geld aufladen musste oder was da rein investieren musste. Sonderbonbon, XL-Sonderbonbon, Erlöste, Edelsteine, Brutmaschinen sind so da. Raid-Pässe. Ich habe einen Fan-Raid-Pass. Vielleicht kam der aus der 7-Tage-Belohnung. Ich weiß es nicht. Ich habe einen Premium-Kampf-Pass. Den gab es, glaube ich, auch beim Level-Up. Einen? Keine Ahnung. Wer jetzt sagt, ja, du hast bestimmt aufgeladen und hast bestimmt schon 100 Raids gemacht. Ich kann euch ja gerne mal die Aufgaben zeigen. Die Aufgaben für Level 42, Level 41 meine ich, da heißt es ja, gewinne 30 Raids. Hätte ich so viele Raids gemacht, weil ich Geld aufgeladen habe, dann wäre ich schon längst, hätte ich die 30 voll. Da stehen 7 Raids. Ich habe wirklich jeden Tag nur einen Raid gemacht. Der Account besteht seit einer Woche. Ich habe jeden Tag einen Raid gemacht. 7 Raids von 30 passt. Das gleiche könnt ihr hier auch nachlesen. Bei der Forschung mit dem Meisterball, befristet hier, Studie, 9 von 60. Kommt vielleicht daher, weil ich einen Raid gemacht habe, wo ich noch nicht Level 40 war. Das heißt insgesamt, gibt es den Account wahrscheinlich jetzt schon 9 Tage. Weil der Account wurde erstellt, da gab es diese Studie schon, da war ich aber noch nicht 40, die 40 Aufgabe kam dann erst dazu. Da hatte ich schon 2 Raids gemacht. Also hat dann 2 Tage gedauert. Auch blablabla. Das weiß ich, keine Ahnung. Ich habe auf jeden Fall 9 Raids da gemacht. Wenn ich in meine Pokémon-Box reingehe und gebe das Wort Raid ein, seht ihr ja auch Pokémon aus Raids. Da ist eben auch gefühlt nichts drin. Das sind 9 Pokémon. Dort steht 9 Raids. Hier steht 9 Pokémon. Wenn ich danach gehe, wann ich was gemacht habe, den allerersten Raid, den ich gemacht habe, war Katagami. Wobei das allererste Katagami am allerersten Tag ist mir sogar geflohen. Das heißt, das ist vom 7.9. Das erste vom 6.9. ist mir geflohen. Am 8.9. habe ich meinen ersten Kargoron Raid gemacht. Am 9.9. habe ich einen Mega-Voltenso-Raid gemacht, damit ich Energie kriege, um eins zu pushen. Habe mir dann von einem anderen Account eins rübergetauscht, um das als Mega zu entwickeln. Deswegen. Seit dem Tag habe ich nur noch alle Boom, alle Bomb Raids gemacht. Hier. 10. 11. 12. 13. 14. Jeden Tag ein Raid. Jeden Tag ein Raid Pass. Nur den Daily Pass, den freien Pass. Free to Play. So. Wer das jetzt immer noch nicht glaubt, wer reinschreibt, das ist total unglaubwürdig, dass du einen Account free to play bespielst, ja, das glaubt ja kein Mensch mehr, kann ich nicht nachvollziehen. Es ist, dann hätte ich schon längst hier die Pokémon-Box hochgedreht, ich hätte schon längst hier die Item-Box hochgedreht, ich hätte, warum sollte ich zum Beispiel 30 Katagami fangen aus dem Raid und die schnell alle verschicken, um so zu tun, als hätte ich gar keine gemacht. Ich kann diese Werte da, die da stehen, nicht umgehen. Also, es ist so. Das sind die Regeln, die ich für den Account gemacht habe, die möchte ich auch noch mal zusammenfassen. Der Account wird free to play bespielt, der Account wird nicht mit Geld aufgeladen, Spenden, die getätigt werden, werden nicht in den Account gesteckt, wer mir ein Ticket schenkt, in-game, das kann ich ja nicht löschen, das ist ja da, wenn jemand eine Forschung kauft für mich und mir schenkt, dann ist die bei mir angezeigt, die kann ich nicht umgehen, aber ich selber habe da nichts rein investiert. Raid, ich habe mir hier eine Notiz gemacht mit Frospino und mit Raid, ach, keine Ahnung. Der Account wird free to play gespielt, was auch wichtig ist, es wird nicht gesniped, weil das ist ja auch wieder langweilig, dass jedes Hunderter und jedes Shiny, was bei dem Account kommt, random sein soll, das ist mir wichtig. Hätte ich den Main Account, hätte ich wahrscheinlich jetzt schon längst 300%ige Frospino. Die letzten Tage wurden im Fan Chat so viele Koordinaten von 100%igen Frospino gepostet, die meisten Leute sind und haben die sich geholt, wozu soll ich das mit dem Account machen? Es ist nicht der Main Account, es ist komplett egal, ob ich ein Hunderter Frospino habe oder nicht. Ich hätte es holen können, ich habe es aber nicht geholt. Ich habe es ignoriert, ich habe es links liegen lassen, alle Hunderter, die hier auf dem Account dann kommen, sind random, sind aus einem Raid, sind aus einem Ei, sind beim Fang so gekommen, sind aus dem Tauschen, aber ich werde mit diesem Account nicht gezielt irgendwo hin hüpfen und mir Hunderter holen. Habe ich nichts von. Beim Main Account hätte ich mir schnell ein Hunderter Frospino geholt, hätte das hochgezogen und hätte mich gefreut, damit ich das in der Sammlung vollständiger für mich. Das ist nicht der Main, hier wird nicht gesniped, hier wird kein Geld aufgeladen, das sind die wichtigsten Punkte. Die Leute glauben das nicht, aber egal, ich werde euch demnächst mal alle Pokémon zeigen, ihr werdet auch die Fangorte sehen, da ist auch kein Zaragoza dabei, da ist kein New York dabei, da ist kein sonst was dabei, werdet ihr niemals sehen, dass auf diesem Account irgendwo in Amerika, Asien oder sonst wo rumgerannt wird oder in irgendwelchen Hotspots, nee, das ist anders, das ist Sabanero-Lime, das ist stellenweise vielleicht öde, langweilig, es geht nicht voran, man hat keine richtigen Ziele mehr, gerade bei der Entscheidung, ob ich jetzt Itemplatz oder Pokebox vervollständige, viele haben gesagt, mach doch Pokebox, du willst doch die Pokémon alle sammeln, da brauchst du so viel Platz für die ganzen Pokémon, Items kannst du doch immer wieder drehen, bei mir ist es anders, während ich auf dem Main-Account ja noch alle Pokémon als Living Decks haben wollte, plus den Shiny Living Decks, plus dann alle als Lucky eintragen, plus männlich-weiblich sammeln im Pokédecks hin und her, hier ist mir männlich-weiblich komplett egal, hier ist mir der Living Decks komplett egal, es reicht theoretisch, wenn ich 20 Pokémon hab, mit denen ich ein bisschen kämpfen kann bei Raids, so lang brauche ich also die Pokébox nicht erweitern, der wird komplett anders gespielt als alles, was ich bisher gemacht hab, bisher wollte man alles haben, man hatte hohe Ziele, man wollte hoch hinaus, man wollte perfekt sein, im Pokédecks ging es nicht, wenn da männlich ausgefüllt ist und weiblich nicht, du musstest männlich und weiblich haben, der Hintergrund musste Lucky sein, das musste alles ausgefüllt sein, hier, egal, brauche ich nicht, Hunderter, können da posten, wie ihr wollt, können da machen, mir egal, alles, ich will zum Seeday rausgehen, Seeday spielen, weiterhin, wie ich das bisher immer gemacht habe, eine Stunde dann streamen, mit Pupsi unterwegs sein, unsere Challenge wieder machen, wer kriegt das erste Shiny, wer kriegt das letzte Shiny, wer kriegt die meisten Shinies, dafür brauche ich aber Bälle, deswegen werde ich immer alle vier Tage erstmal den Itemplatz erweitern, mit den Coins aus den Arenen, es haben viele gesagt, gerade zum Start, lad halt wenigstens fünf oder zehn Euro auf, und dass du ein bisschen mehr Platz hast, das ist viel entspannender, hätte ich machen können, habe ich nicht gemacht, will ich nicht machen, Free to Play, es wird nichts aufgeladen, es wird nur der Daily Pass gemacht, was ich mit dem grünen Pass mache, die Rage könnte ich jetzt den auch noch bei Adoboom reinstecken, um zu gucken, ob ich einen Shiny kriege, aber wenn ich es nicht kriege, mit dem Daily Pass ist das auch egal, dann kommt vielleicht mal wieder was besseres, was Gutes in die Rage, dann nimmst du den grünen halt mal dafür, ihr seht, ich mache mich da nicht verrückt mit dem Account, ich spiele so leger und so lieblos und so nebenbei einfach nur, dass die Leidenschaft gefühlt weg ist, aber man trotzdem auch nicht ohne kann, jetzt könnt ihr wieder haten und machen und tun und wie auch immer, aber das ist jetzt das Prinzip, das ist der Habanero Leim, ohne Geld, mit den nötigsten Sachen nur, es wird nicht gesniped, alles kommt random und mehr gibt es dazu eigentlich nicht zu sagen. So, habe ich jetzt irgendwas vergessen? Ich weiß gar nicht, wozu ich das Video gemacht habe. Wegen Clickbait, mein erster Kauf, was im Endeffekt aber der zweite Kauf schon war. Morgen ist dann Community Raid, da werde ich draußen Community Raid machen, vor Ort euch einladen, werde gucken, wo Genesekt aufgeht in der Stadt, am Sonntag ist ja schon der Forschungstag mit Mirapla, da werde ich euch auch ein Ausbeute Video dann zeigen, was es bei Mirapla gab und dann irgendwann gucken wir auch nochmal genau drauf, was für Pokémon ich jetzt habe, wie viele Shinies, welche Shinies, wie viele Hunderter, welche Hunderter, Free to Play. Ich weiß auch nicht, seit wann man sich Erfahrungspunkte kaufen kann, dass Leute sagen, ja Digga, Free to Play glaubt schneller vorankommen, aber ich habe nur ein Rate pro Tag gemacht und ich habe auch nicht 3 Millionen Glückseier am Tag an, nein, ich habe ein Glückseier genommen, die anderen sind noch da. Das war es jetzt erstmal von meiner Seite aus, wir